Und so auch wir, oder ein Engel vom Himmel, euch würde Evangelium predigen, anders denn, dass wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Das ist, was die Bibel sagt. So, dann haben wir in Offenbarung Kapitel 14, 6, Und ich sah einen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium. Zu verkündigen, denen, die auf Erden sitzend wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme, Glaube an den Herrn Jesus Christus, der für deine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist, und du wirst selig. Das ist nicht, was dieser Engel sagt, sondern Fürchte Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist kommen. Das ist das ewige Evangelium. Und betet an, der er gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wald und so weiter. Das heißt, dieser Engel ist verflucht. Ganz einfach, anhand von Stephen Anderson. Die Bibel sagt in Offenbarung 14, 6, Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet denen an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Was wir hier sehen ist, gleich nachdem wir über die 144.000 sprechen, der nächste Vers davon spricht, das Evangelium zu predigen, zu jeder Nation, Sprache und Volk. Also das gibt uns einen Hinweis darauf, warum sie dort sind. Denn in Offenbarung 7 wissen wir nicht, warum sie da sind. Und hier wissen wir warum, um das Evangelium zu verkünden. Ja, nun der Engel wird das tun. Nein, er hat das Evangelium zu verkünden. Aber die 144.000 werden das selbe Evangelium verkünden. Ja? Einige Leute, die eine falsche Lehre vertreten, verweisen auf. Offenbarung 14, um zu sagen, nun, es gibt verschiedene Evangelien. Ist, was sie bekommen, das Evangelium der Gnade Gottes, ist exklusiv für heute. Hier wird nicht das Evangelium der Gnade Gottes gepredigt. Hier wird das Evangelium vom Reich. Hier wird ein anderes Evangelium gepredigt. Hier wurde ein anderes Evangelium gepredigt. Und diese Dispensationalisten sind Anhänger des Irrlehrers Peter Ruckmann. Der sagt, es gibt sieben verschiedene Evangelien. Und lass mich dir sagen, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht, denn es gibt nur eines. Und jeder, der dir sagt, es gebe ein anderes Evangelium, der sei verflucht. Und weißt du, was sie sagen? Paulus hat ein anderes Evangelium gepredigt als Jesus. Und dann sagt der Römer 16, dem aber, der euch stärken kann, laut meines Evangeliums. Paulus nennt es mein Evangelium und predigt von Jesu Christus. Warum nennt er es mein Evangelium? Welches ich auch empfangen habe. Und dann hast du in Matthäus 16, von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hingehen in Jerusalem gehen und leiden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage aufstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach, herrsch ohne deinen selbst, das widerfahre dir noch nicht. Also wenn sie alle nach vorne schauten zum Kreuz, warum sagt er dann, ey, weil Petrus war so ein Ungläubiger? Petrus war ein Dünger. Jeder, der das sagt, ist ein Ketzer und ein falscher Lehrer. Denn wenn Paulus ein anderes Evangelium als Jesus gepredigt hat, dann sagt er, dass Jesus verflucht ist. Dass jeder, der das Evangelium von Jesus predigt, verflucht ist. Denn er sagte, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt als das, das ich verkündige, der sei verflucht. Also ist jeder Nachfolger Jesu verflucht, diese Art von Müll wird von den Einfältigen und Unwissenden geglaubt. Aber lass mich dir sagen, es gibt ein Evangelium und wenn jemand ein anderes Evangelium predigt als das, was wir empfangen haben, dann soll dieser Typ verflucht sein. Nur es ist vor verschiedenen Zeiten. Denn gute Nacht, wenn du das richtige Evangelium zur falschen Zeit predigst, bist du verflucht. Es ergibt keinen Sinn, das ist Blödsinn. Es gibt nur ein Evangelium von Jesus Christus. Aber dieser Engel predigt ein anderes Evangelium. Es heißt nicht, dass er das Evangelium predigt, mit dem, was in Vers 7 sagt. Es heißt nur, er hat das ewige Evangelium, um es zu verkünden. Und hier ist, was er sagt. Und was er sagt, ist nicht das Evangelium. Und übrigens, wenn es nur für einen bestimmten Zeitraum gilt, warum wird es das ewige Evangelium genannt? Es würde ewig dauern, oder? Und weißt du was? Dieses Evangelium ist der Tod, Begrabung und Auferstehung Jesu. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Es ist eine gute Nachricht, dass er für uns gestorben ist, weil wir eine Menge Sünde haben. Wir brauchen einen Retter. Und Gott sei Dank, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und guck mal, wenn er sagt, nach der Schrift, meint er das Alte oder das Neue Testament. Das Alte Testament, denn im 1. Korinther war das Neue Testament noch nicht geschrieben. Und in 1. Korinther 15, das heißt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und damit ist das Alte Testament gemeint. Übrigens sagt die Bibel, von diesem legen allen Propheten Zeugnis ab. Das Alte Testament handelt nicht von Jesus. Nein, es ist alles über Jesus. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab. Dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Darauf weist sogar das Alte Testament hin. Sie kannten diesen Namen damals nicht, aber es wies darauf hin, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Und hier ist die Sache. Dieses Evangelium ist dasselbe Evangelium, das Jesus gepredigt hat und dasselbe, das Paulus gepredigt hat. Aber die Leute sagen, aber Paulus, dieser Dispensationalisten, Rocktards, weißt du, was sie lehren? Sie sagen, das Evangelium des Paulus predigt, das war ein Evangelium aus Gnade durch Glauben. Und was sie sagen, dass Jesus Erlösung durch Werke lehrte. Glaubst du das? Guck mal, jeder, der jemals in den Himmel gekommen ist, kam durch Gnade. Gnade bedeutet, sie haben es nicht verdient. Hat Abel es verdient, in den Himmel zu kommen? Hat Noah es verdient, in den Himmel zu kommen? Der Trunkenbold? Hat Abraham es verdient? Hat Isaac es verdient? Hat Jakob es verdient? Guck mal, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt. Das gilt auch für das alte Testament heiligen. David war nicht perfekt. David hat Sünde. David hat den Weg zum Himmellicht verdient. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. David sagte das, dass es ohne Werke ist. Abraham glaubte, dass es ohne Werke ist. Es war immer durch Glaube aus Gnade. Und weißt du, was lustig ist? Paulus hat es gelehrt aus Gnade durch den Glauben. Er hat es offenbart. Okay. Hat Jesus nicht die Erlösung allein durch den Glauben gelehrt? Wie wäre es dann mit diesem Vers? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben hat. Hat Jesus das gelehrt? Zu Nicodemus? Und was sagt Johannes 3,18? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und hat er diesen Vers gelehrt? Wahrlich, wahrliche sage euch. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist Johannes 5,24. Das ist Jesus, der die Errettung durch den Glauben predigt. Johannes 6,47. Wahrlich, wahrliche sage euch. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ist das Erlösung durch Glaube? Jesus sagte bei der Auferweckung des Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nie sterben. Glaubst du das? Ist das Erlösung durch Glaube? Jesus hat immer wieder gelehrt, dass die Errettung durch den Glauben erfolgt. Also wenn dir jemand sagt, dass Jesus ein anderes Evangelium gepredigt hat, dann weißt du, dass diese Person ein Ketzer ist, ein falscher Prophet, ein Irrlehrer. Der sei verflucht. Er muss das fache Evangelium von Jesus Christus lernen. Paulus hat dasselbe gepredigt. Das ist das ewige Evangelium. Also lasst euch nicht einreden, ja? Vers 7 ist ein anderes Evangelium. Nein, das ist nicht das Evangelium. Es heißt nur, dass der Engel das Evangelium hatte. Und das ist, was der Engel sagte. Der Engel wird der Erde mit lauter Stimme sagen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den, an der er den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Das ist keine gute Nachricht. Das Evangelium ist gute Nachricht. Ist es eine gute Nachricht, dass Gott seinen Zorn ausgießen wird? Die Botschaft ist für diejenigen, die auf der Erde wohnen. Die gute Nachricht ist, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Die 144.000 werden es verkünden. Die meisten werden nicht zuhören. Mose und Elia, die beiden Zeugen, werden es verkünden. Und die meisten Menschen werden nicht zuhören.